So, meine kleinen Sahne schnitten. Sonntag wird keiner vorgekommen, weil die, die kommen müsste, kaputt ist. Also ich habe sie vermutlich kaputt gemacht, auf der einen oder anderen Art. Ich bin nicht ganz sicher wie hier, aber es wird irgendwas sein, was ich abgefuckt habe. Und ich erstmal gucken muss, was ich retten kann. Irgendwie ist es schon in dem Stadium, wo das Video halt eigentlich fertig war, also fertig ist. Und das jetzt im Arsch ist, was für mich bedeutet, immer wenn das Audio zum Video wird, lösche ich die ganzen Sicherheitskopien und die ganzen Audio-Rodateien, außer die, die gerade verarbeitet wird. Weil Plattenplatz inzwischen eine Sache ist, die mich interessiert. Hab gelernt, das sollte man gar nicht machen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Ob ich das hinkriege, es wird bestimmt super viel Spaß machen. Und ansonsten wird das auf eine Zusammenfassung hinauslaufen, was nicht cool wäre, weil die Folge ist schon eine Weile her, soweit ich mich entsinne, war von mir ziemlich ein Mist. Aber von Didi ziemlich nice. Deswegen werde ich da ein bisschen mehr Zeit aufwenden, als wenn es irgendein Kack wäre. Vermutlich Mittwoch oder so wird das dann fertig sein. Also bis Mittwoch werde ich was versuchen, sagen wir es mal so. Und dann, ja, sorry, Andi, weil das ja auch Finale ist und so. Naja, ich werde mal gucken, ich kriege das bestimmt irgendwie hin. Ich bin ja voll klug oder so. Achso, im Verkauf, ich habe gegen den regulären YouTuber-Kontext, oder eher den YouTuber, die Übereinkunft verstoßen. Ich werde das also vielleicht nochmal kurz versuchen, so wie ich es eigentlich machen sollte. Leute, es tut mir so leid. Ihr wisst, ihr bedeutet mir alles. Aber ich schaffe das nicht. Es ist einfach höhere Mächte, mit denen ich nichts zu tun habe, weil ich so blöd war, mir ein sinnvolles Sicherheitssystem auszudenken. Beziehungsweise ist auch egal, es hat nichts mit mir zu tun, aber es kommt jetzt nicht am Sonntag eine Folge. Und ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Wo hier doch ein und alles für mich sein. Ich werde mich total anstrengen, dass ich das irgendwie hinkriege, aber... Ich bin so down. So, ähm, 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 für alle Agenten, die mich zukünftig in den Besten der Soaps haben wollen, äh, ich bin gerne zu allem bereit. Äh, außer Sex mit Frauen. Äh, bis Mittwoch. Äh, bis Mittwoch. Äh, bis Mittwoch. Äh, bis Mittwoch.